Gleis 3, Einfahrt S1 nach Hartmannshof über Lauf, links der Pegnitz. Abfahrt 11.13 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse S3 nach Neumarkt. Abfahrt 11.21 Uhr von Gleis 2. Direkt gegenüber S4 nach Ansbach über Rostal. Abfahrt 11.21 Uhr von Gleis 22 und S2 nach Schwabach. Abfahrt 11.21 Uhr von Gleis 1. Information zu ICE 228 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Würzburg. Abfahrt 11.30 Uhr. Heute 1. Klasse in Abschnitt B und C. Gleis 9, Einfahrt ICE 583 nach München Hauptbahnhof über Ingolstadt. Abfahrt 11.28 Uhr. Heute 1. Klasse in Abschnitt A, B und C. Dieser Zug fährt ohne geschilderte Platzreservierungen. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 7, Einfahrt ICE 880 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 11.33 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt ICE 2 nach Altdorf bei Nürnberg über Nürnberg-Frankenstadion. Abfahrt 11.44 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse S1 nach Bamberg. Abfahrt 11.49 Uhr von Gleis 2. Direkt gegenüber S1 nach Hersbruck links der Pegnitz über Lauf links der Pegnitz. Abfahrt 11.53 Uhr von Gleis 3 und ICE 505 nach München Hauptbahnhof. Abfahrt 11.55 Uhr von Gleis 8. Information zu ICE 720 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt 12.00 Uhr. Heute ohne Halt in Duisburg und Essen Hauptbahnhof. Grund dafür ist eine Umleitung. Information zu ICE 720 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Mit ICE 12.24 nach Paderborn Hauptbahnhof. Abfahrt 12.00 Uhr. Heute 1. Klasse in Abschnitt B, C und D. Information zu ICE 12.24 nach Paderborn Hauptbahnhof über Fulda. Mit ICE 720 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt 12.00 Uhr. Heute 1. Klasse in Abschnitt B, C und D. Gleis 12, Einfahrt RB 12 von Markt Erlbach. Ankunft 12.00 Uhr. Bitte nicht einsteigen. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 14, Einfahrt RE 1 von München Hauptbahnhof. Ankunft 12.00 Uhr. 4.00 Uhr. Bitte nicht einsteigen. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu RB 30 von Neuhaus. Ankunft 12.00 Uhr. Heute circa 25 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Information zu ICE 10.93 nach München Hauptbahnhof über Donauwörth. Abfahrt 13.00 Uhr. Heute circa 25 Minuten später. Grund dafür ist eine verspätete Bereitstellung des Zuges. Information zu ICE 93 nach Wien Hauptbahnhof über Regensburg. Abfahrt 13.00 Uhr. Heute circa 20 Minuten später. Und von Gleis 9. Direkt gegenüber. Ich wiederhole. ICE 93 nach Wien Hauptbahnhof über Regensburg. Abfahrt 13.00 Uhr. Abfahrt 13.00 Uhr. Abfahrt 13.00 Uhr. Heute von Gleis 9. Direkt gegenüber. Information zu ICE 826 nach Köln-Messe-Deutz über Würzburg mit ICE 626 nach Essen-Hauptbahnhof. Abfahrt 14.00 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B, C und D. Information zu ICE 626 nach Köln-Messe-Deutz über Würzburg. Abfahrt 14.00 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B, C und D. Information zu ICE 1223 nach München Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 14.00 Uhr. Abfahrt 14.00 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B, C und D. Ihre nächsten Anschlüsse S1 nach Hersbruck links der Pegnitz. Abfahrt 14.00 Uhr. 53 von Gleis 3. Direkt gegenüber ICE 705 nach München Hauptbahnhof. Abfahrt 14.00 Uhr. Abfahrt 14.55 Uhr. Von Gleis 8 und ICE 624 nach Dortmund Hauptbahnhof. Abfahrt 15.00 Uhr. Von Gleis 6. Gleis 20.00 Uhr. Einfahrt RE 33 von Ciep. Mit RE 30 von Hof. Ankunft 15.00 Uhr. 22.00 Uhr. Bitte nicht einsteigen. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE 50 nach Regensburg Hauptbahnhof. Über Neumarkt. Abfahrt 16.00 Uhr. 36 von Gleis 5. RE 30 nach Hof. Hauptbahnhof. Abfahrt 16.00 Uhr. 37 von Gleis 17 und RE 33 nach Ciep. Über Pegnitz. Abfahrt 16.00 Uhr. 37 von Gleis 17. Information zu RE 49 von Lichtenfels. Ankunft 16.00 Uhr. 49. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine vorübergehend verminderte Geschwindigkeit auf der Strecke. Ihre nächsten Anschlüsse RE 16 nach Augsburg Hauptbahnhof. Abfahrt 18.00 Uhr. 38 von Gleis 7. Direkt gegenüber S5 nach Allersberg-Rothsee. Abfahrt 18.00 Uhr. 40 von Gleis 12 und S2 nach Rot über Schwabach. Abfahrt 18.00 Uhr. 41 von Gleis 1. Gleis 6. Einfahrt ICE 1120 nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Über Frankfurt am Main. Flughafen Fernbahnhof. Abfahrt 18.00 Uhr. 41. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 7. Steigen Sie ein. Die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei Abfahrt des Zuges. Gleis 1000 Punkt. ... Untertitelung des ZDF, 2020